Naja, nächster Versuch, hallo. Es sind jetzt einfach alle Versuche auf einmal. Oder alle so in ein Stückung. Sollte es jetzt zwei sind, ne? Da seh ich mal, dass die Hühner sind. Die Hühner, die denken sich auch nix davon, wenn die da sind. Die Hühner sind schon da rum. Das andere ist, dass sie da sind. Das ist denen doch nicht egal ist. Also alles scheißegal ist, dass sie da sind. Wenn die Hühner denken sie... Oh was, was ist denn die Hühner? Oder was ist denn das Ding? Ja egal, ist denn das völlig egal, was ich dann gut. Hühner ist nicht... Ja, ne... Ja, ne... Oh, ich bin ein Hühner... Ich bin schmerzt, um ein bisschen zu sehen, das ist doch ein Freund zu tun. Nein, also. Das ist ein Stück, oder? Es ist schön, dass ich viele Punkte mache und nie mal nie Punkte, weil es ist niemals, oder nie Zeitmenüge. Ja. 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 Ich glaube die Flutzer von der Hühner-Verglauchte. Spannend. Ich weiß nicht, was ich zu Hause mag, sondern ja. Wenn es einfach hin und her ist, dann wird es sehr schön. Ich glaub ich bin auch nicht mehr in der Hühner, sondern wir müssen wieder auf dem Weg bringen, oder? Ich glaube, da ist ein paar Wettbewerb. Ich glaube, hier raus, dass das durch die ganze Zeit ist. Ich weiß nicht, dass das so eine Geschichte ist. Das ist aber ein paar Wettbewerb. Oh. Ja, das ist schön. So. Ja. Und noch 800. Oh, jetzt kommen wir mal über 800 Meter rein. Einfach so aus dem Nichts schaffen wir das. Das war Versuch Nummer 2. Das kommt Versuch Nummer 3.